Bon Suave Muchachos, hi herzlichen Willkommen bei einer weiteren Runde, Agario, Mabossa nimmt heute das erste mal mit auf. Mit dabei haben wir natürlich den Deko und den ein oder anderen Muchacho. Bon Suave, genau, wir haben gerade, es war jetzt ziemlich spontan diese Aufnahme, wir haben gerade spontan Bescheid gesagt auf Twitter und auf Facebook und wie ich gerade gehört habe, haben wir auch schon den ein oder anderen Muchacho hier mit auf dem Server drauf. So, ich musste gerade die Musik ein bisschen leiser machen, die ist nämlich gerade unter die Decke gegangen. Und Deko hatte schon gesagt, Mabossa, wir treffen uns oben rechts und wo ist Mabossa ganz an der linken Seite? Oh, ehrlich? Ja. Ich habe jetzt gerade wen aufgefressen, der war viermal geteilt. Was? Yo, ich habe ihn bekommen. Oh fuck, hier sind aber dicke Papi-Chulos, Mann. Du bist ganz, ganz links sogar. Ganz, ganz links, ja. Wir wollten das erste Mal jetzt mal wieder in geilen Team zusammenarbeiten und wer ist das denn? Harry Potter. Oder Harry CZ. Egal, Harry Potter hat sich geil an. Bleibst du jetzt auch ganz links oder wie machst du das? Ich, ja, hier sind gerade ziemlich viele Chulos, deswegen ist es schwierig. Ich bin jetzt links unten und mache mich auf den Weg, also ich bin unten und mache mich auf den Weg nach links. Ich bin sauber, Mann. Hör doch nicht! Ist dir das genehm? Hör doch nicht! Nein, ich kriege ihn nicht! Mann! Wir müssen Teamplay machen. Ja, okay, dann spiele ich jetzt erst mal safe. Sieh zu, dass du irgendwie jetzt siehst, dass du zu mir kommst. Oder bist du links unten? Links unten, ja. Links unten, sehr schön. Bitte rasieren sie mich nicht, Mann! So, ich möchte gerne diesen Tom... Oh, Tom wird jetzt wieder eine Masse. Ich verschwinde hier kurz, aber trotzdem unten links bleiben. Das... Ab so einer... Ich glaube, ab so einer 300er Menge wird man für die anderen interessant. Nachdem ich jetzt 300 habe, lebe ich jetzt hier mehr? Ich gehe ganz links und mache mich auf den Weg nach oben. Da sind wir ja schon. Ist das Ego, dass du das? Ja. That's me. Hallo, Dekor! Füttern Sie mich! Oh ja! Nein! Ja, den will ich haben! Schaffst du Pro Bowl Level 63? Den kleinen? Den will ich haben! Den kriege ich, oder? Mehr kann ich dir nicht geben. Nein, du hast mich dadurch langsamer gemacht, dass du mich... Ach, shit. Ich weiß aber nicht, ob du vorher das fressen können. Geht, geht nicht. Ich glaube, vorher warst du, glaube ich, zu klein. Dann gibt es bei mir immer noch Roboter, by the way. Aber ist kein Problem, oh. Warte, den will ich haben. Geht er weg. Oh, den will ich haben. Dann nimm dir too easy. Aber wenn ich mich jetzt spalte, dann... Ich glaube, wenn du dich spaltest, musst du, glaube ich nicht groß kommen. Den einen oder anderen? Warte. Oh, fuck. Der hat richtig was bekommen. Ähm, hast du langsam ne gute Masse, dass man durchdringen kann? Warte. Na, ich hab erst 70 jetzt. Oh, okay. Ne, ne, ne. Oh, Alf! Ich bin Alf! Den kriegen wir nicht, das zu schnell war nicht. Ja. Oh! Vielleicht kannst du dir auch was abschnabulieren. Ja, nur das... Ich bin ziemlich nah dran, wenn ich zu dem hingehe. Ja, ja, deswegen lieber nicht, lieber nicht. Wir wollen jetzt sicher im Team zusammenspielen. Sicher, sicher, sicher. Mavossa ist wieder eine Masse! 500! Kriegt die in Sergio? Ich bin jetzt bei 100 gleich. Ne, Sergio würde ich nicht kriegen. Ah, den kriege ich. Nein! Oh, Mann! Bitte nicht. Bitte reicht das nicht. Brian, ich will dich haben! Irgendwo nach oben ist der Mavossa gepflichtet. Ja, ja, Beste. Willst du mich chackern? Ja, das reicht noch nicht. Jetzt. Ja, Mann. Save me! So, da ist Pro Bro, der ist aber ein bisschen größer. Goethe, das kriege ich glaube ich nicht. Ich kann mich nicht spalten, weil Goethe ist aber groß genug wäre, um uns zu chabbern. Ja, deswegen alles, alles easy, alles easy. Aber Brew würde ich gerne holen. Was haben wir hier noch? Ja, Mann. Nicht teilen, nicht teilen. Ich bin zu klein. Moro will mir ans Leder. Oder mir. Ne, kann er nicht knacken. Ja, mein Kleiner. Ja, ja. Mein Kleiner könnte ja schon knacken. So, warte, ich habe gleich eine Masse von 100. Oh, was passiert hier? Action, Action. Ich will dich haben, Tom. Ich will... Oh, Mann. Du kannst dir Typen da drinnen fressen, ne? In der Zelle. Bereit zum Chabbern? Ne, du bist doch gleich wieder eine Masse. Du frisst gleich jemanden und dann machen wir das. Jawoll. 800 haben wir. Gehen wir aus dem Weg. Jetzt haben wir 1000. Das Ding ist, wir haben fucking 1000 und wir sind immer noch nicht mal auf der... Ich habe 1100 fast. Nice, Mann. Und wir sind nicht auf der Liste drauf. Das ist schon ziemlich... Wow. Ja, aber jetzt bist du wieder ziemlich klein, ne? Da sind wir 10er Platz. Los, Alex. Oh, hier ist aber eine Ex. Oh, fuck. Ich muss mich schnell wieder zusammenfügen. Nein. No. Oh, Mann. Pro irgendwas. Da waren wir zu krass, aber das waren zwei Typen, glaube ich. Zwei große. Boah, da war wieder ein Ficker da an der Ecke, der hat alles auseinandergenommen. Oh, fuck. Nein, ich bin doch auch down. Okay. Ja, waren wir wieder bei Nullern, das kennen wir ja schon. So ist das bei, ja. Alex hat zerfickt, verkackt, meine ich. Deko, klinge ich denn wenigstens normal? Du klingst normal bei mir, ja. Okay, dann müssen wir schon mal deine Aufnahme nehmen, weil du klingst als hätte Harry... Ich weiß gar nicht, warum, aber eigentlich mache ich nichts nebenbei. Da schenkt mir jemand Sachen, vielleicht ist das hier ein Muchacho. Oh, der erködert dich und will nicht abziehen. Der war kleiner als ich. Ich bin auf dem Weg nach oben links, Deko. Oh, hier ist schon wieder so ein Hacker dabei. Oh, Dänemark. Oh, ich wurde wieder gechogert, ja. Von so einem... Oh, bitte knall mich nicht. Alter, der Typ hat sich dreimal geteilt und eine von seinen Zähnen ist immer noch 3000 groß. Was? Echt? Mhm. Ey, ganz ehrlich, da sind doch so welche Facker hier schon wieder. Ach, das ist dieser MBK Agagio gewesen. So, ich bin auf dem Weg nach links oben. Ich baue hier schon mal wieder ein bisschen Masse auf. Moritz will mich gerade vergewaltigen, aber das lasse ich nicht zu. Ich frage mich immer noch, wie die Leute es schaffen, diese Bots zu aktivieren. Diese Knackos. Ja, das ist irgendein Hack, scheint er zu gehen, ne? Nein, Dänemark. Hallo, Dänemark. Oh Mann. Den anderen Teil habe ich nicht gesehen. Please. Ich habe ein kleines Stück von Dänemark gesehen. Leute, dass Chamban plötzlich ist hinter Dänemark noch der große Bruder von Dänemark. Hallo, Dekko. GG. Bist du gerade gestorben, oder wie? Ne, bin ich nur da? Weiß nicht, ich habe es nicht gesehen, ich bin ein kleiner Pups. Also bist du gestorben, ja? Ja. Geben sie mir noch diese Info. Ja, du warst so genau neben mir. Ey, ich werde schon wieder gefressen, MBK Army. Ich frage... Obwohl ich gerade mal 30 groß war. Die ganze, diese, diese, diese Bots. Hä? Die haben echt kleine Eier. Jeder, der diese Bots benutzt, hat einen kleinen Penis, ganz ehrlich. Hat richtig kleine Eier. So, ich bin, ich weiß gar nicht, wo ich hingehen soll, weil überall sind die ganzen Fuckraten. Wir sind, Alter, hier wird sich auch gerade schon wieder so fies, so zwei Typen, die irgendwie alle größer sind als mein ganzer Bildschirm. Beziehungsweise als die ganze Karte hier. Krass, 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 ey. Ich bin jetzt wieder bei 100 gleich. Wie groß bist du? 160. Nein! Oh, da wollte mich einer chuckern. My boss hat wieder seine Dodge Skills bewiesen. Konnte abhauen. Oh, Loser Mark? Nein, don't touch my tralala. Also wirklich, die ein oder anderen Chumps, das war eine relativ spontane Geschichte hier, sind trotzdem dabei. Deswegen seid sicher, dass ihr uns bei Facebook folgt, oder wie man das auch immer dann nennt. Facebook und Twitter. Facebook ist, äh, warte mal, Facebook ist voll, äh, ist, ist, gefällt mir gegeben und Twitter ist ein Follow. Sehr schön. Und auf den beiden Dingern, das posten wir immer, wenn wir zocken, nicht immer, aber immer öfter. Und dann seid vielleicht auch ihr schon, scheiße, ficken, komm, komm, fick dich, ey. Und wo bist du? Oh! Oh! Wo bist du? Bin ich gerade am abbauen. Ey, Mann, diese NBK-Ficker, was ist deren Problem, Mann? Ich rassiere euch! Die NBKs sind aber auch schon krasse Typen, ne? Ey, guck mal, ich hatte ne Masse von 200, ne? Der teilt sich 6 Milliarden Mal, ist danach, hat noch ne Masse von 20 und klatscht alles weg in der Nähe. Die haben alle nen kleinen Pümmel. Ich hab jetzt ne Masse von 285. Oh yeah! Drei Typen auf einmal gefressen. What? Ich hab jetzt Masse von 500. 500, wo bist du? Ich will dich essen. Äh, oben links bin ich irgendwo. Alter, ich werde verfolgt hier, ich bin doch ein kleiner Wicht! Ey, ganz ehrlich, ich werde so krass verfolgt! Ey, irgendwie, wo bist du denn? Wir müssen halt nochmal Teamplay hinkriegen hier wieder. Oben links sagst du, ja? Oben links, ja. Oh, ich verleibe mir France ein. Ne, France will nicht. Ich glaube, ich wurde bisher noch von keinem an... Oh, ich muss da eben... Sekunde. Und NBK... So, da bin ich wieder. Ja... Ich kann weitergehen, ich wurde gefressen gerade von, ich weiß gar nicht, irgendeinem Land. Du bist gefressen! Jo. Oh, ich wurde schon wieder gefressen. Du warst doch ein 500er. Ich war ein 500er, ja. Oh Mann! Pro-Clown, weil die sind ja auf jedem Server! Auf jedem Server! Ich weiß gar nicht, vielleicht sind das auch... Ich war Zeuge! Ich habe ihn gefressen! Ich habe ihn gefressen! Warte, ja, ich teile mich mal, jetzt müsstest du mich aufessen können. No! Dieses Game, was! Sind over 9 fucking 1000! Es geht los! Wer ist Martina? Darf ich die fressen? Martina? Ne, Martina nicht. Ne? Na klar, kannst du die fressen. Ey, das ist eine Frau, die frisst man nicht. Zieh einfach durch. Ich habe sie gegessen! Ich fühle mich schlecht! Ich weiß nicht, ob das eine Muchachina war. Muchachos müssen... Oh, please! Muchachos müssen, um von uns verschont zu werden, immer einen Loser davor haben. Also, Loser Marc hilft mir hier gerade ein bisschen. Dann haben wir so einen anderen Loser Black irgendwas, der hilft mir hier die ganze Zeit. Black Shed. Da haben wir den Lauren! Loser Lauren oder nur Lauren? Nur Lauren! Please, ey! Wo seid ihr denn jetzt alle? Oben links, komm oben links! Papa ist... Nach oben! Ich muss hier gerade aufpassen! Dann passen sie! Aber von wem läufst du weg? Von Nini? Von Troll! Oh, Nini ist auch da! Oh, Loser Marc läuft vor 8 weg! Ich habe ein bisschen Angst vor Nini! Ich weiß nicht! Uh! Weißt du das da gerade? Ja, sie wollte mich knappen! Warum? Ich dachte Nini wäre cool! Sie ist nicht cool! Wir dachten Nini wäre cool! Ich hau ab! Ich hau ab! Ich hau ab! Ich hau ab! Okay, ich konnte wenigstens ein Teil retten! Nicht ganz so schlimm! Yo! Yo! Wie die alle! Oh, die ganzen kleinen Dinger! Dort muss wieder so ein Bot sein! Schnapp sie dir! Hier! Ich muss mich irgendwo... Hier fange ich wieder einen ab! Den... Schau mal! Das die alle nicht schaffe, ne? Wenn man vom einen zum anderen schobern will, dann... Da ist Nini! Die ganz ehrlich! Die kriegt gleich ihre Packung, man! Wo bist du denn? Wo bist du hin? In die Mitte gegangen, ja! Aber ich bin da so lahm! Also, man wird hier echt krass supporten von den Muchachos! Erstmal danke dafür! Stell dir mal vor, wie das wäre, wenn wir mal richtig eine Stunde oder zwei Stunden oder einen Tag vorher ansagen, weil wir zocken! Dann kommt die Muchacho-Army und rötte die Welt! Und dann richtig viele... Wo bist du denn schon wieder? Ich finde dich gar nicht mehr! Tomek? Oh, dieser Blackhead, der füttert mich mit welchem Schweinchen! Oh, Alter! Nein! No! Alter, ich bin hier gerade dazwischen... Boah! Alter, hier geht's gerade richtig ab! Drei oder vier Riesentypen war ich gerade mitten dazwischen, ey! Okay, ich gehe jetzt wieder nach oben links! Ich bin gerade nach unten gegangen, ne? Ich habe eine Massen von 630, ich werde mich gleich teilen! Deswegen ist das cool, wenn du irgendwo in der Nähe bist dann! Ja, ich würde gerne hinkommen, nur... Du bist du links an der Wand? Ich bin...oh, fuck, hier ist wieder ein Team! Das will mich wahrscheinlich knappen! Bist du links an der Wand? Ne, links an der Wand ist Marcelino und ich will den ungern in die Eier treten! Jetzt hätte ich mir in die Eier! Der will mich gleich haben! Der ist gleich wieder dick! Wow, der hat gerade richtig viel bekommen! Oh, oh, please ey! Daniel Pupo hat nicht gekillt! Ich bin also wieder ein kleiner Ficker! Ist eigentlich meine Stimme bei dir wieder normal oder? Die Stimme? Ne, immer noch nicht! Immer noch Robot! Oh, ich bin echt ein großer, ansatzweise ein großer Ficker gerade! Aber wo bist du? Ich war jetzt komplett oben links! Oben links! Oben links! Ich war gerade komplett oben links in der Ecke! Ja, da gehe ich jetzt hier wieder hin! Ey! Hallo, wenn man dick ist, muss man aufpassen! Du weißt auch! So Gerichtsprobleme! Bist du das? Ja, ne? Jo! Ach, der Thanos Kobol ist auch da! Mansoire Thanos Kobol! Das ist der Herr, der mir freundlicherweise seinen PBE-Account bei LoL zur Verfügung gestellt hat! Oh, nice! Cool, dass du auch am Start bist! Chilo! Oh, diesen Alliance will ich gleich umbringen! Muss aber dann eine, ein Typ werden! Warte jetzt! Warte! Und jetzt! Nein! Das war ja richtig schlecht! Ey, wieder so typisch mal Bosser, ne? Oh no 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 no! Kriegt er nicht, kriegt er nicht! Dürft er eigentlich nicht kriegen! Dann bist du schnell, zum Glück! Für dich! Aber Brew kriegst du? Wie mit dem Brew Scheuchen, Alter! Er wurde fucking red! Hahaha! Good work Kobol! Wenn das mal nicht Zusammenarbeit war hier! Komm! Ach was Akash will wahrscheinlich! Oh Akash würde ich gerne auch haben wollen! Bevor ich... Will zusammenwachsen! Ja das Ding ist, du musst zusammenwachsen, damit du ihn abschießen kannst! Da! Mach die Maus in die Mitte! Ja geht es in die Ecke? Mach die Maus in die Mitte! Einmal kurz Maus in die Mitte! Mach doch die Maus auf dich! Dann gehst du sofort zusammen! Jetzt hab ich ihn! Nee, ich glaub das reicht nicht! Stop! Schieß! Haha! Siehst du! Wuhuuui! Warte! Das... Den kleineren Wändern! Ja mann! Hast du dir gerecht bei den NBK Typen? Jo! Das sind wir auch wieder Platz 10! Sehr schön! Und den... Zumindest hab ich die Hälfte von NBK gefressen! Äh... Oh... Lenny, bitte rasier mich nicht! Friss mal mit diesem Lenny, erreg mich auf! Ich will NBK hier oben haben! Ne, wer ist das? Mega! Scheucht dir mal! Haha! Ja genau, in die Richtung! Perfekt! Hahaha! Hahaha! Oh yeah! In der Ecke eingeschlossen! Platz 8 sind wir! Marvin, wir sind Platz 8! Was? Nice! Und ich müsste auch gleich wieder zusammenwachsen eigentlich! Kann nicht mehr lange dauern! Ich würd sagen, das ist der letzte Anlauf! Wenn wir jetzt sterben, dann ist... Ja! Ist vorbei, ist gut! Warte, ich bin da später! Ich suche uns Leute raus! Okay, Platz 7! Sehr nice! Ich will diesen Tiger! Platz 8! Da ist wieder ein Loser! Nice! Los, Tiger holen wir uns! Oben! Ja, aber ich geh schon mal hier rum! Ja, Tiger und Lenny! Oh, NBK! NBK Pro Team! Ich hab aber Schiss, dass der mich jetzt zu seinem anderen NBK Typen chugert! Ne, den kriegen wir! Was?! Nein! Ey, haben sie aber nice gemacht! Warte, ich bin gleich da! Wuuuuh! Ich hab einen sehr großen Batzen von dem gefressen! Nice, Mann! Jetzt bin ich bei 1700, aber den letzten Rest von ihm krieg ich nicht von NBK! Das ist das erste Mal, dass wir einem NBK Typen die Stirn geboten haben! Ey, ganz ehrlich! Er ist auf der mireste Klacki! Fuck, jetzt bin ich nicht... Oh shit! Oh shit! Oh shit! Jetzt hat er mich zu oft geteilt! Jetzt kann er mich... Wobei ich glaube, ich bin auch für den Teil noch zu groß! Aber Platz 6! Ja, Mann! Ich bin oben links gleich da! Das bringt noch nicht viel! Oh fuck, jetzt bin ich oben links noch in der Ecke! Ich muss hier raus! Und da kommt Wemza! Er kann mich eigentlich nicht chugern, der NBK Typ! Eigentlich kann er mich nicht fressen, ich bin zu groß! So, ich bin unterwegs! Komm, bitte, 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 bitte! Thanos Karboll, sehr mutig, was er da tut! Du bist gar nicht mehr drin in der Top 10 jetzt? Doch, Platz 7 bin ich! Ach da, okay! Hä? Ich bin ganz oben links, da bist du nicht! No! No, 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 no! Jetzt habe ich noch 1100! Ding, aber wo warst du denn? AmbiCare hat zurückgeschlagen! Stopp zu, okay! Alliance, hier sind wir! Aber wir haben gerade einen guten Teil verloren, aber wir sind immer noch im Start! Alliance will ich chackern! Ich meine, ich habe mich gerade gefüttert! Wemza hat mich gerade auch richtig krass gefüttert! Ich weiß nicht, ob es nur war, weil er... die NBK-Typen nicht abkann! Nein! Los! Hau da was rein! Zu spät! Ich krieg nichts! Hättest du viel früher machen sollen! Ich krieg nichts! Dann hättest du da richtig abgesahnt! Ich hab nichts gesehen! Oh! Ich war noch richtig weit weg! Ich schieße ja nicht so weit! Dammit! No, 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 no! Please, come again! Oh fuck, da kommt NBK-Rorax wieder! Ruckhass! Das war der Typ, den wir gerade gefressen haben! No, 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 baby! No, 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 no! No, 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 no! So, 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 so! Das ist wieder Alliance, das heißt wir sind wieder irgendwo bei dir in der Nähe! Oh yeah! Oh! Platz 8! No, 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 no! Du wirst immer noch Platz 8! Warte NBK! 6 bin ich jetzt! Rorax muss ich gerade drum kümmern, dass wir... Oh! Muchachos und Loser! Nein! Oh, was fickt mich! Also wir werden zusammen 1600 haben wir! Sehr nice! Platz 5! Wie fett ist das denn bitte? Diese scheiß MBK Typen sind zum Glück gerade nur einmal in der Liste vertreten, aber die regen... Platz 6! Oh fuck! Oh fuck! Da kommt Yannick! Yannick ist fucking big! Oh fuck! Die wollen mich fressen! Die wollen mich fressen! Die wollen mich fressen! Nooo! Alter! Die haben zusammengearbeitet und auf einmal war MBK enemy 5000 groß und hat sich gespalten und mich gefressen! Echt? Ja, das wars muchachos leider, aber Platz 5 und geile Zusammenarbeit mit euch! Hat richtig Spaß gemacht! Ich hoffe ihr seid dem nächsten Mal auch wieder dabei! Abonniert uns auf Twitter und auf Facebook, dann bekommt ihr mit wenn wir zocken! Gebt einen Daumen nach oben und reingehauen bis zum nächsten Mal! Bye Bye! Ciao Ciao!